Wir wollen den Anerkennung steigern. Wir wollen den Wütteln anstrengen. Wir wollen auch schrug und wir, wir machen den, den wir unten haben. Und leistet, dass wir alle unsere Anwälte werden, dass wir das Verständnis ein stärken. Und wir können den Wütteln und den Wütteln im Anerkennung führen. Dankeschön. Das war eigentlich schon die Zeit von unserer Bärm- und Kohlfütterung.